Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Charlia Stevens-Würsik und ich bin der virtuelle Coach von CharliaStevens.com, wo wir Experten in Teams beibringen, wie sie ihre Expertise online bringen und mehr Menschen erreichen. Ich drehe heute dieses Video für meinen Newsletter, der aktuell alle drei Wochen rauskommt, daraus versendet wird an meiner E-Mail-Liste. Zurzeit bin ich tatsächlich noch in Deutschland, aber zu dem Zeitpunkt, wo sie dieses Video als meinen Newsletter-Abonnet erhalten, bin ich nicht in Deutschland. Ich bin in Bali oder ich sitze im Flieger auf dem Weg von Singapur nach Hause, nach Deutschland. Und das ist das total Schöne an diesem Medium, dass man die Möglichkeit hat, Inhalte, Botschaften und so weiter aufzunehmen auf diesem Weg per Video und das mit seiner Folgerschaft, mit der Welt, mit seiner Zielgruppe zu teilen, obwohl man ganz was anderes gerade macht. Ich sage häufig, viele Menschen verbringen viel Zeit mit mir online auf meinem YouTube-Kanal, schauen Videos an über diverse Themen, während die ich vielleicht oben bin und schlafe oder am Joggen bin. Das ist einfach so schön. Und ich, weil ich im Urlaub bin, werde eben diesen Monat in Bezug auf dem Newsletter eine kleine Pause einlegen. Es gibt ja nur dieses Video. Und ja, ich wollte trotzdem mal auch eine Botschaft hinterlassen. Also, und nicht nur über diese Zeit versetzte Informationen, sondern ich wollte mit denjenigen sprechen vor allem, die in der letzter Zeit überlegt haben, mit mir eventuell zu arbeiten. Sie wollen Ihre Expertise online bringen. Vielleicht sind Sie Coach, ein selbstständiger Coach oder freier Trainer, Online-Unternehmer. Sie sind in den ersten fünf Jahren Ihre Selbstständigkeit oder Ihres Businessaufbaus und Sie möchten Ihre Expertise online bringen, weil Sie vor allem sich auf dem Markt positionieren möchten. Sie möchten online gesehen werden. Sie möchte als Experte der Wahl angesehen werden und Sie möchten vor allem daraus Kunden gewinnen. Und Sie haben das entweder, ja, Sie wissen noch nicht, wie das geht oder Sie sind eine Weile am Ausprobieren, aber es treten die Ergebnisse noch nicht ein, die Sie sich wünschen. Die Klienten bleiben aus oder die Umsätze sind nicht hoch genug. Und wenn das Sie sind, dann sind Sie hiermit angesprochen. Kennen Sie das? Sind Sie das? Oder vielleicht sind Sie eher etabliert. Sie sind schon bereits als Coach oder Trainer unterwegs. Sie machen das seit vielen Jahren erfolgreich und jetzt möchten Sie das Ganze auf die nächste Stufe bringen. Sie möchten über Standorte hinweg mit Coaching-Klienten arbeiten oder Sie möchten Online-Kurser halten, wo Sie skalierbare Konzepte machen können, mit Orten, mit Menschen überall auf der Welt arbeiten können trotzdem. Aber vielleicht von zu Hause aus Trainings halten möchten. Vielleicht sind Sie aber auch Präsenztrainer, der den ganzen Tag vor der Klasse steht, in Anführungszeichen. Das ist ein überwiegend Erwachsenenbereich, also es ist nicht wirklich eine Klasse, aber Sie wissen, was ich meine. Im Seminarraum stehen Sie vorne. Und Sie möchten jetzt, ja, Sie möchten auch vorne stehen in Bezug auf die Online-Medien, denn Sie wissen, die Sachen verändern sich. Die Zukunft ist bereits heute dort und Online-Training und virtuelle Zusammenarbeit, Online-Kollaboration ist alle munter und Sie möchten sich da einfach noch fitter machen auf diesem Bereich, damit Sie nicht nur konkurrenzfähig bleiben, sondern dass Sie Ihre Kreativität voll ausleben können, sowohl offline wie auch online und der Nachfrage Ihrer Kunden nachkommen können, die immer mehr solche Online-Angebote verlangen oder Online-Möglichkeiten erwarten. Wenn Sie zu einer von diesen Zielgruppen gehören und Sie noch nicht den Mut erfasst haben, auf meiner Website auf shalliestephens.com auf den Knopf zu klicken und mit mir persönlich Kontakt aufzunehmen, dann wollte ich Sie einfach ermutigen, das zu tun. Tun Sie das, klicken Sie auf Ihr Kennenlerngespräch vereinbaren, machen Sie einen Termin für eine virtuelle Kaffeepause mit mir auf. Wir werden uns auf Skype treffen bei einem Kaffee zusammen und ich werde mir anhören, was haben Sie vor? Wollen Sie sich mit Ihrer Expertise online positionieren und Kunden gewinnen? Wollen Sie lieber lernen, wie Sie Ihre Coaching-Klienten auf der ganzen Welt besser erreichen können online oder sind Sie Trainer und Sie möchten skalierbare und passive Einkommensmodelle für sich ergreifen und lernen und daran arbeiten Sie. Und dann werden wir uns treffen auf Skype für 30 Minuten und ich höre mir an, woran Sie gerade arbeiten und am Ende kann ich Ihnen sagen, bin ich die Experte Ihrer Wahl? Kann ich Ihnen überhaupt dabei unterstützen aus meiner Sicht? Sind wir ein gutes Team? Haben wir die richtige Chemie? Ja, das werden wir in dem Gespräch erfahren. Also, das wollte ich anbieten. Also, ich wollte meine Hand aus, sagt man aus, ja, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, reach out your hand. Ja, sagt man auf Englisch, reach out to you und Ihnen diese Möglichkeit geben. Ja gut, also, ich bin sehr gespannt auf meinen Bali-Urlaub. Ich hoffe, er war gut und dass ich in diesem Flieger jetzt heute sitze, wo Sie das Video sehen und ich sagen kann, ja, das war ein wunderbarer Urlaub voller wunderbaren Momenten und ich bin mir sicher, dass es so sein wird. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und wir sehen uns demnächst online. Auf Wiedersehen!